Hier das Multiprotokoll Modul IRX Lite, welches sich gut für die TBS Tango 2 eignet. Hat man in der Tango 2 ein Modulschacht eingebaut, kann man sofort das Multiprotokoll Modul nutzen. Aber wie ist das mit dem Update von dem IRX4 Modul? Hier besteht die Möglichkeit es über die Funke zu aktualisieren. Leider klappt das hier aber nicht, weil das IRANGEX Modul noch eine alte Firmware hat, die das Aktualisieren per Funke nicht unterstützt. Was nun? Die neue Firmware für das Modul müssen wir am PC per USB Kabel durchführen. Hierzu ist es zwingend erforderlich auch den Bootloader zu aktualisieren. Auf der Multimodul Homepage finden wir die aktuelle Firmware für das IRANGEX Modul. Unter Optionen wähle ich OpenTX aus, Kanal Ordnung AETR, jetzt fragt sich jeder warum AETR und nicht wie bei der Tango 2 eingestellte TAR Kanal Reihenfolge. Die TAR Kanal Reihenfolge wird nur für DSM Empfänger benötigt, wenn die Funke nur TAR unterstützt. Aber bei OpenTX ist beides möglich. Standard ist bei dem Multiprotokoll Modul auf jeden Fall AETR. Telemetrie ist invertiert bei allen externen Modulen, dann lade ich die Datei herunter. Für die Modul Aktualisierung per USB gibt es ein Programm Flash Multi. Das kann man am PC von Github herunterladen. Seit der 0.5.0 Version kann der USB Bootloader auf dem Modul auf einen DFU Bootloader geändert werden. So spart man 5KB am Speicher in dem Modul und hat man so mehr Platz für neue Protokolle in der Zukunft. Der USB Bootloader war eigentlich nur für Debugging per USB gedacht, was heute keiner mehr braucht. Bei Flash Multi wähle ich die COM3 Schnittstelle aus, wo mein Modul angeschlossen ist, lese das Modul aus und hier sehe ich, dass auf dem RX4 Lite Modul noch die alte Firmware 12179 drauf ist. Bevor ich die neue Firmware installieren kann, muss ich zwingend zuerst den Bootloader auf DFU Bootloader aktualisieren. Zuerst stelle ich über das Menü unter Settings auf DFU Mode um. Im Menü Actions rufe ich Flash Modul Bootloader. Dann wird der neue Bootloader in das Modul geschrieben. Jetzt muss ich so lange warten bis die rote LED am Modul ausgeht. Erst 5 Sekunden nachdem die rote LED aus ist, stecke ich das Modul raus und wieder rein in den USB am PC. Das Modul blinkt jetzt und signalisiert mir den DFU Modus. Im Multi Flash sehe ich nun mein Modul als DFU Device. Jetzt kann ich die neueste Multi Protokoll Modul Firmware 13169 auswählen und auf mein Modul aufspielen. Nun habe ich die aktuelle Firmware auf meinem eRangeX Modul. Stecke das Modul wieder in die Funke rein und prüfe die Version am Display. Unter Status sehe ich die Firmware 13169 AETR was richtig ist. Nun kann ich mein Mobula 6 an den Akku stecken und sehe bei der Funke sogar den RSSI Signal, der mir in der alten Firmware nicht angezeigt wurde. Jetzt teste ich ob ich per Funke eine neue Firmware direkt auf das Modul aufspielen kann. Die 13169 Firmware habe ich auf die SD Karte unter Firmware Ordner abgelegt. Und nun wird die Firmware sauber auf das Modul geschrieben. Somit kann ich jetzt eine neue Firmware immer per Tango 2 Funke auf das Modul schreiben. zum ersten Entschuldigen tschuldigen nochmal Tschuldigen Tschuldigen messy Teig nach Tschuldigen S